Wir haben gerade Pikachu entdeckt und Hedwig, Hedwig die Eule. Aber was viel cooler ist, Pikachu, wir sind in Japan und man munkelt hier trifft man hin und wieder Pikachu. Hier ist einer da vorne. Wir haben wohl hier das Pikachu und hier hinten ist Hedwig. Hedwig oder... Oh, okay. Wir sind jetzt bei einer kleinen Fragerunde. Die zwei Jungs haben eine Fragerunde für die Schule und suchen Leute aus dem Ausland, die darauf antworten. Und Rudak ist darauf eingegangen und ich gebe jetzt ein paar Antworten. Das ist interessant. Wo sind wir? Wir sind in Deutschland. Wir sind in Hamburg, in der Norden der Deutschland. Und ich bin hier für ein Internship. Ich bin hier für 6 Monate. Also bin ich hier. Und hier ist mein Freund von Deutschland. Und er ist für zwei Wochen. Wie ist die Japanische Leute? Was? Was? Was ist das für die Japanische Leute? Was bedeutet das für die Japanische Leute? Was bedeutet das für die Japanische Leute? Es ist kein Problem. Ah, ein Schmerz. Okay, ein Schmerz. Was ich schon gesagt habe. Die Japanische Leute sind sehr friedlich und sie sagen dir nicht, die Probleme. Wenn sie ein Problem haben, sie dir nicht. Ich denke, das ist eine Schmerz. Die Kultur der Japanische Welt. Also, wenn du eine Kritik zu deinem Boss hast, dann erzählst du nicht den Tron. Das ist eine schwierige Situation. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Akyabara. Akyabara ist hier in Tokio, so das Paradies für Nerds, die auf One Piece, Mangas, Animes und sowas stehen. Also, alles was so mit der japanischen Zockerkultur und Manga-Kultur zu tun hat, findet man eigentlich in Akyabara. Ich war da jetzt bisher auch noch nicht. Jihad und ein paar Kollegen waren da jetzt schon. Hier sieht es nicht ganz gut aus. Fibia Line, aber das ist ja nicht Exit, ne? Warte. Ja, warte, lass mal. Was ist das hier? Weiß nicht, wie... Joa, so ist das, wenn man in Tokio in der Station ist. Das ist einfach größer als Gifhorn. Habe ich mir sagen lassen. Ähm... Ja, ich bin grad bisschen übertragt. Äh... 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 Naja, auf jeden Fall... War ich da bisher auch noch nicht. Wir gehen jetzt einfach mal hier lang und... Hoffentlich finden wir den Ausgang und... Ja, ich bin gespannt. Auf den Fotos, die ich mir im Internet angeguckt habe, sah das schon richtig geil aus. Also... Wenn man sich Tokio vorstellt, mit diesen ganzen Neonschildern, viele Leute... Genau das trifft man da an. Und... Ja... Ihr seid natürlich live dabei. Bis gleich. Wir sind jetzt in Akihabara angekommen. Da, wo wir hinwollten. Aber es ist leider noch Tag. Deswegen ist es nicht so spektakulär, wie es eigentlich sonst sein soll. Ich zeige euch das mal hier. Aber bei Nacht sieht es... Einiges, einiges spektakulärer aus. Also... Ich denke mal, so in einer Stunde oder so geht die Sonne unter. Und ähm... Dann schauen wir uns das mal nochmal an, wenn wir dann noch hier sein sollten. Und das Coole ist, sonntags wird die Straße hier mal gesperrt. Die ist sonst immer... Befahren. Also deswegen sind hier auch so viele Leute. Und wir gehen jetzt mal in diese ganzen Anime-Kaufhäuser. Weil das soll hier... Einer der Highlights sein. Okay, weiter geht's. Gehen noch mal weiter nach oben. Das kommt mir bekannt vor. Oder? Ja. Ja. Das kommt mir bekannt vor. Achso, hörst du ja. Dieses Spiel hier, was uns 1500 Yen gekostet hat. Oh mein Gott, was geht hier ab, Alter? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Himmel! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott. Je bin nicht... Oh mein Gott. Oh nee! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Kran! Kran! Was ist das? Alter Junge! Alter Schwede! Diese Japaner! Die sind krank im Kopf! Was ist das? 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 Wenn wir uns schon Kranissa BTR ausweiten können, fahren wir einen, äh, um der einen gewissen Das ist auch eine professionelle Driverin Sie nimmt das richtig ernst Hoffentlich nimmt Kudak das auch so ernst Was ist das? Was ist das? Was ist das Auto? Nein! Zeigst du ein hässliches Auto? Du musst die erstmal hochspielen Meinst du? Ja, zehn Games und dann karierst du ein besseres Aber du musst mit Handschaltung, ne? Oh shit Oh shit Oh shit Die Handschaltung ist da Oh Boah Boah Du musst mal zu spielen Du musst mal zu spielen Weißt du nicht sein, geht ihr Lea Ausladen, Juhu. Lässt hier doch mal so ein Honda hin. Läuft doch! Ja, aber der Sessi bewegt es nicht so. Das ist richtig Tokio-Pinig, Mann. Tokio-Pinig! Ja, der kann nicht überholt. So, mit 220 durch die Kurve, kein Problem. Gewonnen! 220 durch die Kurve fahren, kein Problem. Gewinn, klar. Gewinn, auch kein Problem. Noch eine Runde, oder reicht die das? Ich muss rein. Thomas, weißt du, was ich gerade entdeckt habe? Was denn? Mal her. Der hat einen mega jahrlaufen. Mit seinem ganzen Haki. 1.880 Yen. Fast geschenkt. Und die 70, 80 auch. Wer in Erinnerung macht, Yu-Gi-Oh-Karten. Einfach die ganze Wand volle Yu-Gi-Oh-Karten, ey. Krass, dass hier das hier immer noch so... Zelebrieren, zelebrieren, feiern. Das ist doch wie überhaupt noch so ein Markt ist, du weißt? Ich glaube, in Yu-Oh-Karten ist das tot. Komplett. Die lustige Story als Kind habe ich das richtig, richtig hart gesammelt und mitgezockt. Ich war sogar in der Stadt bei Hellenherz immer auf den Turnieren. Und ich war auch echt gut darin. Ich habe mit richtig scheiß Karten angefangen. Ich habe dafür kein Geld ausgegeben. Ich habe mich hochgetauscht und auf dem Turnier bin ich immer unter die Top 3 gekommen. Und habe dann mal so legendäre Karten gewonnen. Mit das zu meiner Schuhe. Oh ja, Mann. Alter Schwede. Der. Der hier. Der Obelis. Warte. Oh ja. Die alte Obelisten-Karte. Und jetzt fehlt noch der rote Drache. Wo ist der? Nein, fehlt jetzt gar nicht aufzuschauen. Hier der weiße Drache. Oh ja. Der weiße Drache. Sehr bekannt von... Wie hieß der Kaidu? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das ist so lange her. Ey, ich habe das echt gesucht. Und gegen Ende, wo ich dann die heftigsten Karten hatte, habe ich dann mein Deck für 80 Euro ich verkaufe. Und als Kind, Mann, 80 Euro. Das ist richtig viel Geld. Krass, wie viele neue Karten es gibt. Einfach eine Karte für 4.280 Yen. Oder 4.900. Krass. Ungefähr 40 Euro. Oh, hier sind sie in Englisch. Karten. Oh ja. Crazy, crazy. Oh mein Gott. Noch was aus der Kindheit entdeckt. Thomas, was haben wir entdeckt? Wir haben Beyblades entdeckt. Guckt euch das auch mal. Erinnert ihr euch auch noch daran? Das war ein Zeug. Noch eine Story. Als Kind hatte ich so ein Metall-Blade. Und damit habe ich alle Blades von den anderen Kindern kaputt gemacht. Hattest du auch so einen? Ja, Mann. Am Anfang hatte ich so einen ganz normalen und später ist es so ein Metall-D. Aber richtig mächtig sind wir auch immer. Krass, Mann. Dass es hier sowas alles noch gibt. Ich merke erst jetzt, wie kriegst du die Yatana. So die Kindheit eines Kindes, das in Deutschland aufgewachsen hat. Der aufgewachsen ist geprägt hat. Oh ja. Kannst du mal etwas anderes wieder aufbauen? Ich bin ein Zeug. Ich bin ein Zeug. Zwischen Photoshop. Ich bin ein Zeug. 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 Bis zum nächsten Mal.